In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wann der Übergang zwischen zwei Funktionen sprungfrei, knickfrei oder rückfrei sein kann. Ein Thema, was in manchen Lehrbüchern auch als Trassierung bezeichnet wird. Für den Anfang werden wir erstmal bittlich klären, was diese drei Begriffe bedeuten. Später werden wir das Ganze natürlich auch mathematisch interpretieren. Und wir fangen an mit dem Begriff sprungfrei. Stellt euch vor, ihr habt hier zwei Kurvenabschnitte. Und wie ihr Clown deutlich erkennen könnt, gibt es zwischen dieser zwei Kurven einen Sprung. Und zwar genau an dieser Stelle. Wenn wir allerdings die Kurven so zusammenlegen, dann können wir behaupten, dass der Übergang zwischen den Kurven sprungfrei ist oder stetig. Oder einfacher formuliert, die Kurven haben an dieser Stelle einfach die gleiche X- und Y-Koordinaten. Eine kleine Bemerkung noch in Bezug auf die Stetigkeit. Und dieser Begriff taucht sehr oft in diesem Zusammenhang. Und ihr müsst euch das Ganze so vorstellen, wenn der Übergang sprungfrei ist, dann ist die Funktion an dieser Stelle automatisch stetig. Der nächste Begriff, der zu klären wäre, ist knickfrei. Also, wir haben bereits diesen Übergang zwischen zwei Funktionen. Wir wissen, dass er sprungfrei ist. Allerdings könnt ihr auch mit Sicherheit sehr gut erkennen, dass es in diesem Punkt noch einen Knick gibt. Wenn wir allerdings die Kurven zum Beispiel so zusammenlegen, dann könnten wir diesen Übergang als knickfrei bezeichnen. Und das bedeutet, dass die zwei Kurven die gleiche Steigung besitzen. Und vielleicht anschaut der eine oder andere von euch an dieser Stelle, dass diese Eigenschaft mit der ersten Ableitung zu tun hat. Unser letzter Begriff wäre ruckfrei. Also, wir haben hier bereits einen Übergang, der sprung- und knickfrei ist. Allerdings ist dieser Übergang nicht ruckfrei. Zugegeben, diese Eigenschaft ist ein bisschen schwerer zu erkennen als die anderen zwei. Also, hier hätten wir noch einen Ruck. Frage ist, wie sehen dann die Kurven aus, wenn sie keinen Ruck haben? Zum Beispiel so. Und wenn dieser Übergang ruckfrei ist, bedeutet das für die zwei Kurven, dass sie die gleiche Krümungswerte haben. Übrigens, wenn ihr das Begriff Krümung hört, solltet ihr immer an die zweite Ableitung denken. Und auch wenn diese Eigenschaft in der Ableitung ein bisschen schwer vorzustellen ist, keine Sorge, die mathematische Grundlage da hinten ist sehr einfach zu interpretieren. Und jetzt werden wir diese drei Begriffe auch mathematisch interpretieren. Wir fangen natürlich mit sprungfrei an. Also, diese zwei Kurvenabschnitte könnt ihr euch als zwei Funktionen f von x und g von x vorstellen. Und wir wollen feststellen, ob die beiden Funktionen an der Stelle x0 sprungfrei sind. Das bedeutet, wenn wir diesen x-Wert in beide Funktionen einsetzen, dann muss die gleiche y-Koordinate herauskommen. Oder einfach formuliert wie auf der linken Seite, f von x0 muss das gleiche wie g von x0 sein. Also, das heißt, übersetzt, dass sie die gleiche x- und y-Koordinaten haben. Damit ein Übergang knickfrei ist, muss er allerdings in erster Reihe sprungfrei sein. Das bedeutet, die Randbedingungen, die wir vorher gesehen haben, muss sowieso erfüllt sein. Und zusätzlich müssen die Kurven noch die gleiche Steigung haben. Das bedeutet, auch die ersten Ableitungen an dieser Stelle müssen den gleichen Wert haben. Also, das bedeutet gleiche Steigung. Und damit ein Übergang rückfrei ist, muss der erste Reihe sprungfrei sein. Dann auch noch knickfrei. Und zusätzlich müssen die beiden Funktionen auch die gleichen Krümmungswerte haben. Das heißt, auch die zweiten Ableitungen an dieser Stelle müssen den gleichen Wert haben. Das bedeutet, gleiche Krümmung. Also, für den Fall, dass euch das bis jetzt noch nicht so ganz klar war, vergisst nicht. Die erste Ableitung ist immer die Steigung einer Funktion und die zweite Ableitung gibt immer die Krümmung an. Um diese Eigenschaften besser zu verdeutlichen, habe ich natürlich an dieser Stelle auch eine relativ kurze Beispielaufgabe vorbereitet. Mein Vorschlag wäre, dass ihr jetzt auf Pause drückt und in Ruhe die Aufgabenstellung liest. Bei der ersten Teilaufgabe sollten wir diese zwei Straßenstücke S1 und S2 knickfrei mithilfe einer ganznationalen Funktion zweiten Grades verbinden. Also, in der Abbildung könnte das ungefähr so aussehen. Und unser Ziel ist natürlich, die Gleichung dieser Funktion aufzustellen. Naja, die allgemeine Gleichung einer ganznationalen Funktion zweiten Grades sieht zum Beispiel so aus. Also, f von x ist ax² plus bx plus c. Allerdings haben wir bei dieser Abbildung einen riesen Vorteil. Einen Vorteil, dass wir auch rechnerisch demnächst mehr verwenden werden oder verwerten werden. Und zwar, beide dieser Straßenstücke sowie die rote Kurve sind symmetrisch zur y-Achse. Das bedeutet, unsere Funktion wird nur Terme mit geraden Exponenten haben. Und aus diesem Grund können wir dieses b mal x hoch 1, dieser ungeraden Term hier, einfach verwerfen. Dadurch haben wir nur noch zwei Unbekannten, die wir bestimmen müssen. Außerdem bringt diese Symmetrie-Eigenschaft noch einen anderen Vorteil mit sich. Wenn wir jetzt schaffen werden, die Funktionsgleichung so zu bestimmen, dass sie knickfrei in Straßenstücke S2 übergeht, also in Punkt B, haben wir dadurch automatisch auch die linke Seite nachgewiesen. Also, wir müssen nicht alles doppelt rechnen. Wir konzentrieren uns jetzt unsere Augen nur auf die rechte Seite des Koordinatensystems, also auf die Verbindung zwischen unserer Funktion und dieser Straßenstücke S2. Bevor wir allerdings mit der Rechnung weitermachen, hier zur Erinnerung rechts eingeblendet, welche Eigenschaften erfüllt sein müssen, in diesem Punkt B, damit der Übergang knickfrei ist. Also, die zwei Funktionen sollten die gleichen y-Koordinaten haben an dieser Stelle und die Steigung müssen gleich sein. Übrigens, die Koordinaten dieses Punktes B, was auf der Strecke S2 liegt, kann man problemlos ablesen. Die lauten 2'1. Also, das könnten wir uns auch hier irgendwo an der Seite schreiben. Gut, um beide Eigenschaften zu verwerten, brauchen wir allerdings auch noch die erste Ableitung, beziehungsweise auch die Steigung dieser Straßenstücks S2. Okay, die erste Ableitung zu bilden für unsere Funktion ist ja kein Problem. Wir leiten einfach das, was oben übrig ist, nochmal ab. Wir haben dann 2ax und c fällt weg. Und die Steigung von S2, das ist ja ein Ausschnitt aus einer Geradengleichung, also können wir hier problemlos über ein Steigungsdreieck auf diese Steigung bestimmen. Also, ich bin zwei Einheiten nach rechts gegangen, eins nach oben. Das bedeutet, die Steigung von F2, also ich bezeichne es jetzt als M, wäre dann einfach 1,5. So, und diese zwei Sachen können wir jetzt in unserer Funktionstermel hier links benutzen, um die unbekannten A und C zu bestimmen. Also, muss die Funktion F in S3 durch diesen Punkt 2'1 gehen. Das können wir mathematisch auch so interpretieren und sagen, F von 2 ist gleich 1. Außerdem muss F noch die gleiche Steigung haben wie diese Gerade S2. Und die Steigung ist natürlich die erste Ableitung, also F' von 2 muss ein Halb sein. Aus dieser zwei Randbedienung können wir jetzt problemlos zwei Gleichungen bilden, mit der oberen Funktion F und F'. Also, in erster Reihe, wenn wir jetzt in F von X einsetzen, haben wir dann A mal 2 hoch 2 plus C muss 1 ergeben. Und unten verwenden wir natürlich die erste Ableitung, da haben wir 2A mal 2 muss ein Halb ergeben. So, und das ist ja hoffentlich klar, mit welcher Gleichung wir anfangen. Natürlich mit die, wo nur eine unbekannte gibt. Also, wenn wir die untere Gleichung jetzt ein bisschen zusammenfassen und nach A umformen, dann haben wir schon die erste unbekannte bestimmt. Also, 2 mal 2 sind 4. Das heißt, wir haben hier 4A ist gleich 1 Halb. Und wenn wir das Ganze jetzt noch durch 4 teilen, dann bekommen wir für A einfach den Wert 1 Achtel. Also, das wäre A und das können wir natürlich in die erste Gleichung verwenden, um einen passenden Wert auch für C zu bestimmen. Also, ich setze jetzt in die erste Gleichung hier ein. Dann haben wir statt A ein Achtel mal 2 hoch 2 sind 4 plus C ergibt 1. Ein Achtel mal 4 sind 1 Halb. Und diese 1 Halb können wir rüberbringen mit Minus 1 Halb. Also, somit ist C dann 1 Halb. Gut, und damit könnten wir eigentlich auch die Funktionsgleichung aufstellen. f von x ist gleich 1 Achtel x Quadrat plus 1 Halb. Bei der zweiten Teilaufgabe sollten wir zusätzlich überprüfen, ob dieser Übergang, zum Beispiel in Punkt B, auch noch rückfrei erfolgt. Zur Erinnerung, für einen rückfreien Übergang müssen diese drei Bedingungen auf der rechten Seite erfüllt sein. Allerdings wissen wir zu unserem Vorteil schon, dass die ersten zwei erfüllt sind. Also, wir haben gerade bei der A die Tatsache genutzt, dass der Übergang knickfrei ist. Also müssen wir uns nur um die letzte Bedingung hier kümmern. Dafür brauchen wir für beide Funktionen die zweite Ableitung. Die eine Funktion haben wir ja gerade aufgestellt. Hier die zweite Ableitung zu bilden, wäre ja eigentlich kein Problem. Also, die erste Ableitung wäre dann, wenn ich die zwei nach vorne bringe, ein Viertel x und ein Halb fällt weg. Und die zweite Ableitung wäre dann einfach nur ein Viertel. Also, da haben wir wie gar keinen x-Wert mehr. Die Krümmung an dieser Stelle ist immer ein Viertel bei dieser Funktion. Unsere zweite Funktion ist natürlich eine Geradengleichung. Und ich denke mir, dass sich jeder von euch an die allgemeine Gleichung einer Geraden erinnern kann. y ist gleich m mal x plus irgendeine Buchstabe hinten noch. Ich wähle jetzt ein B. Man kann nehmen, was man möchte. Und wenn wir jetzt die Gleichung für S2 aufstellen wollen, also ich nenne es einfach mal S2 von x, dann kennen wir die Steigung bereits. War ein Halb mal x. Und dieser unbekannte b hinten, die kann man tatsächlich noch bestimmen, wenn man den Punkt b beispielsweise einsetzt. Allerdings macht das gar keinen Sinn, weil sie beim Ableiten sowieso verschwindet. Und wir brauchen eigentlich nur die zweite Ableitung für diese Funktion. Also, die erste Ableitung wäre dann entsprechend nur ein Halb. Und die zweite Ableitung ist dann einfach nur 0. Und ja, wir könnten noch versuchen, jetzt die x-Koordinate des Punktes b einzusetzen. Also, ich könnte es auch so hinschreiben. f' von 2 ist gleich 1 Viertel. Wir haben gar keine x-Werte zu einsetzen. Deshalb ist es ein bisschen sinnlos, aber mathematisch vielleicht von der Darstellung notwendig. Und hier hätten wir S2' von 2 ist gleich 0. Und so oder so können wir sehr einfach erkennen, dass die Krümmungswerte verschieden sind. Also, die Schlussfolgerung wäre, dass dieser Übergang nicht rückfrei ist. Eine kleine Bemerkung noch an dieser Stelle. Selbstverständlich könnte man analog auch für Punkt A genau das Gleiche zeigen. Allerdings ist es hier unwichtig, weil die ganze A-Bildung sowieso achsensymmetrisch ist. Denn es ist ja klar, dass das Ganze auch für Punkt A erfüllt ist. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich war die Aufgabe, die ihr gerade gesehen habt, sowas wie eine Einstiegsaufgabe. Aber in Sachen Mathe ein bisschen schlimmer geht es halt immer. Deshalb gibt es auch komplexere Aufgaben zu dieser Trassierungen. Außerdem ein weiterer Anwendungsgebiet, was sehr häufig mit diesem Thema zusammenpasst, sind Extremwertprobleme mit und ohne Nebenbedingungen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein nettes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.